Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute in Berching und die Frau Wiekleb hat sich bei mir gemeldet. An wen geht denn der Blumenstrauß? Der Blumenstrauß geht an Frau Delacroix. Sie ist in der Nachbarschaftshilfe tätig als Koordinatorin und übernimmt selber auch Fahrten. Also sie ist sehr, sehr aktiv in der Nachbarschaftshilfe und ja, ich bin der Meinung, sie hat ihn definitiv verdient. Dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und klingeln gleich mal bei ihr. Gerne. Hallo, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen von uns heute den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Danke, also ich bin total überrascht. Ich weiß jetzt nicht, was Sie sagen, ich bin total gerührt und Sie sehen mich selber, so bin ich eigentlich nie. Dass du das verdient hast, also wirklich deine Nachbarschaftshilfe, die Koordination und was du machst, also Hut ab, muss ich sagen. Ich habe ja drei Tage die Koordination übernommen und ich finde schon, das kostet viel Zeit. Toll, dass du das machst, auf jeden Fall. Und das sind halt meine Leute, die auch für die Nachbarschaftshilfe hier arbeiten. Die sind total nett, ohne die ging es eigentlich gar nicht. Wir haben 30 Mitglieder und ein Anruf genügt und nach zwei, drei Minuten haben wir jemanden, der hilft. Was sind denn dann so Ihre Hauptaufgaben? Also die meisten haben wir die Fahrten zum Arzt. Zum Arzt, zur Apotheke, Einkaufsdienste haben wir ganz viele und manchmal holen wir auch jemanden ins Altenheim, der dann umzieht oder so. Wie lange machen Sie das Ganze schon? Wir sind jetzt seit, ich glaube 15 Jahren sind wir schon. Ja, genau. Ich habe das als nötig gefunden, weil ich war ja 18 Jahre im Stadtrat und 12 Jahre zweite Bürgermeisterin und habe also gesehen, die Probleme am Ort. Dass man eine schlechte Busverbindung hat und dass die Leute immer älter werden. Und es war immer ein Problem, wie kommt man von A nach B bei uns in Berhingen. Und da habe ich mich dann irgendwann einmal engagiert dafür. Also einfach zur Tat geschritten. Da würde ich sagen, das hat den Blumenstrauß der Woche definitiv verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bedanke mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total überrascht. Franziska, meine Nachbarschaftshilfe. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.